Herzlich Willkommen zurück zu Call of Juris, ganz lange mit dem Schlussakt. Ich bin gespannt, aber es ist der Salon, anscheinend in dem wir uns befinden. Das war ja schon fast, ja, das war ja schon klar. Also, ich bin gespannt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich habe es nicht gesagt, dass ich dich mit nichts verlassen habe. Das ist, wie du es wolltest? So ist es. Was muss ich hier zu Dell machen noch, oder was? Oh mein Gott! Oh Jesus! Oh Gott! I did it! Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Aveline before he died. Aber ich war nicht sicher, dass Ben mein Mann war, bis er herausgebracht hat, wie viel er wusste von Ringo und Reed. Die Koffer, natürlich. Das war das letzte Koffer in diesem Koffer. Ich hätte besser gehen, den Sheriff zu holen. Du bist okay, Junge? Du schaust mich. Dwight, vielleicht lieber du nach Hause gehst. Young Eisenhower ist hier für West Point am Morgen. Er sollte nicht in etwas wie das. Ich denke, ich könnte mich selbst gehen, zu diesem Koffer. Unless du willst mich stoppen, Jack. Nein, Herr Herr, Herr Graves. Also, woher gehtst du jetzt? Jetzt, dass du deine Revenge hast? Es geht nicht wirklich. Es geht nicht. Denn ich habe meine Liebe für ihn. Und werde nie wieder gehen mit den ich verloren. Oh Gott. Wow. Huh. Okay. Cooles Spiel. Definitiv eine Empfehlung. Vor allem der Preis, glaube ich, nur bei 15 oder 20 Euro. Also. Tolles Spiel. Ich würde sagen, wir ersparen uns jetzt aber hier den Abspann. Ich drücke mal ESC. Ah. Okay. Gut. Okay. Klasse Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Macht tierisch Spaß, selber zu spielen. Zum Zugucken wahrscheinlich nicht so. Aber. Ja. Ihr habt es jetzt geschafft. Oder eben auch nicht. Und wenn ihr es nicht geschafft habt. Kauft euch. Entschuldigung. Und spielt es. Viel Spaß. Bis demnächst. In irgendeinem anderen Let's Play. Ciao.